So, heute Abend ist bei uns zu Gast Philipp Dückehoff. Philipp Dückehoff kenne ich jetzt schon seit rund neun Jahren und wir haben uns kennengelernt hier in München bzw. in Martinsried. Ich hatte ein Reisebüro und der Philipp hat die 1188.0 ein Directory geführt und jetzt ist der Philipp mit seiner ganzen Familie, Frau und vier Kindern, vor kurzem nach Spanien gezogen und lebt in Barcelona. Philipp, erzähl uns nochmal, warum ihr nach Spanien gezogen seid und wie das Leben da so ist. Zwei wesentliche Gründe für den Umzug nach Spanien. Einmal die Familie. Meine Frau ist Kolumbianerin, die Kinder sind zweisprachig und Spanien erscheint uns als eine gute Kombination zwischen dem, was meine Frau kennt von früher und eben auch noch Europas, dicht zu Deutschland. Und letztlich die anderthalb Jahre, die wir jetzt schon verbracht haben, bestätigen das auch. Die Familie fühlt sich sehr wohl dort. Der andere Grund beruflich, ich habe dort eine Nische befunden im Bereich der Finanzberatung für Deutsche in Spanien, die scheinbar völlig unbesetzt ist, wo sehr große Nachfrage herrscht. Und das ist eine tolle Geschäftsmöglichkeit für mich. Das heißt, ich kann daraus schließen, dass du selbstständig bist. Genau, ich bin selbstständig, eben als Finanzberater tätig und weiß nicht, wie weit das jetzt interessiert, die Details, wie ich da hingekommen bin. Aber sagen wir so, ich habe das vor sechs, sieben Jahren als Quereinsteiger gemacht. Ich habe die Selbstständigkeit gesucht und hatte im technischen Bereich, eigentlich bin ich Ingenieur, nicht die zündende Idee. Und habe dann über die Firma MLP, ein Geschäftsmodell mir sehr gut erschienen, wo ich Kunde war, eben den Einstieg in die Selbstständigkeit gewagt. Branchenwechsel, sprung ins kalte Wasser. Ich habe mir gesagt, wenn ich das schaffe, dann möchte ich mehr machen als nur Berater sein. Und eine Idee war Ausland. Nicht mit MLP ins Ausland. Die waren damals in Spanien, aber haben das gar nicht verstanden, dass es im Ausland vielleicht alles ein bisschen anders funktioniert. Und ich habe da eben diese Möglichkeiten mit den Deutschen gesehen und daraus eben dann wird sich meine eigene Firma gegründet. Und sind ja Geldgeschäfte die sensibelsten Geschäfte überhaupt, die man sich so vorstellen kann. Wie ist das denn mit den Spaniern? Sind die Ticken wieder anders als die Deutschen oder ist das genauso? Oder was sind deine Erfahrungen in der Unterschiedlichkeit bezogen auf dein Unternehmertum? Also noch habe ich fast keinen Spanier als Kunden. Die ersten klopfen an. Generell würde ich sagen, denken die Spanier bei Geldgeschäften noch anders, sind sehr viel, ja, also, ich soll jetzt nicht verallgemeinert sein, aber doch, sie sind im Durchschnitt, besteht sehr viel weniger Kenntnis über das Funktionieren der Finanzmärkte. Sie vertrauen sehr häufig auf Tipps von ihren Freunden oder auch Verwandten, was fatale Auswirkungen haben kann. Da gab es verschiedene, ja, Skandale, kann man sagen, in der Vergangenheit. Zum Beispiel haben sie alle auf Briefmarken gesetzt. Das war eben auch alles so ein Schneeballsystem dann. Aber wenn es der gute Freund sagt, dann traut man dem eben nicht. Insgesamt ist das Bankensystem in Spanien, ich sage es nur positiv, noch mit sehr viel Potenzial. Es funktioniert sehr einfach, sehr hohe Gebühren. Ich behaupte mal, deswegen sind die Banken ausrentabel. Und werden ja derzeit immer gelobt, aber das ist sehr relativ in meinen Augen. Und ich merke aber, dass bei den gut ausgebildeten Spaniern durchaus das Bedürfnis da ist nach einer vernünftigen Beratung und vor allem einer unabhängigen Beratung, die sie in Spanien bisher kaum finden. Und das sind so die ersten, die eben über ihre deutschen Bekannten und so weiter von mir hören, die auch auf mich zukommen und sich dafür interessieren, was ich so mache. Also selbst in der derzeitigen Finanzkrise scheinen sich da große Potenziale aufzutun. Zum Privatleben. Du hast mir eben schon erzählt, dass deine Kinder sich in den Schulen in Barcelona sehr wohl fühlen. Was würdest du denn einer deutschen Familie raten, die sich mit dem Gedanken trägt oder mit dem Gedanken spielt zumindest, auszuwandern und vielleicht sogar ein gewisses Faible für Spanien hat? Würdest du sagen, Spanien ist es auf jeden Fall? Oder was würdest du der Familie raten? Das ist eine Frage, die ist nicht ganz einfach zu beantworten. Wenn jemand die Möglichkeit, so jemand, den du da beschreibst, die Möglichkeit hat, in einer deutschen Firma nach Spanien zu kommen, würde ich das, und ein gewisses Interesse an Spanien da ist, würde ich das immer empfehlen, das mal zu probieren. Wenn jemand aber versucht, in Spanien einen lokalen Vertrag zum Beispiel als Angestellter zu bekommen, kann das sehr schwierig sein, weil die Gehälter in Spanien, die normalen spanischen Gehälter, sehr viel niedriger sind als in Deutschland, während die Lebenshaltungskosten eher höher sind. Das ist also sehr schwierig für Deutsche zum Teil, die dann mit lokalen Verträgen in Spanien arbeiten. Auf der anderen Seite würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass nicht nur ein Interesse an Spanien da sein sollte, sondern auch gewisse Sprachkenntnisse schon. Katalonien, Barcelona hat die zusätzliche Herausforderung des Katalan, was man als Ausländer, als Deutscher dort nicht unbedingt braucht, aber bei den Schulen kommt letztlich nur die deutsche oder eine internationale Schule in Frage, weil alle anderen Schulen nur auf Katalan unterrichten, oder fast nur. Und das ist jetzt nicht unbedingt die Sprache, die man als erstes lernen muss, denke ich mal. Das heißt also zusammengefasst, wenn ein Faible und eine gewisse positive Einstellung und auch schon Vorkenntnisse da sind, auf jeden Fall. Barcelona ist, wie ich auch aus deiner Schilderung gehört habe, eine tolle Stadt. Das ist es auf jeden Fall. Aber ohne jede Beziehung zum Land, beziehungsweise zur Sprache oder zu den Menschen oder zur Kultur, wird sie nicht uneingeschränkt dazu raten. So ist es. Und vielleicht noch ein wesentlicher Punkt auch. Man muss gerade als Deutscher, je nachdem wie man jetzt, ich sage mal, orientiert ist, sich darauf einstellen, dass viele Dinge des täglichen Lebens etwas umständlich funktionieren. Das ist jetzt sehr vorsichtig ausgehört. Man muss also Geduld mitbringen, Behördengänge, wenn jemand über die deutsche Bürokratie klagt, den lade ich immer gerne nach Spanien ein, weil das ist wirklich ein Erlebnis wert. Aber man braucht Geduld. Interessant für denjenigen, der die deutsche Bürokratie kennt, dass es da offensichtlich noch bessere Beispiele gibt. Gibt es denn auch andersherum Beispiele oder anders gefragt, was würdest du denn dem Deutschen ans Herz legen, was kann er vom Spanier lernen? Eine gewisse Gelassenheit. Und die, also ich selbst bin nun mit einer Kolumbianer verheiratet, da sind sehr viele Ähnlichkeiten der Mentalität auch zu den Spaniern. Und ich habe von ihr, von meiner Frau, doch einiges übernommen, eben Gelassenheit. Ich bin nicht mehr ganz so pünktlich, ich bin auch pünktlich, aber nicht mehr so auf die Minute. Und überhaupt so einfach mit mehr Offenheit an das Leben herangehen. Das ist etwas, wo wir sehr viel von den Spaniern lernen können. Ich sage manchmal, das sind Lebenskünstler. Selbst in der jetzt schwierigen Zeit klagen die relativ wenig und leben immer noch. Also das Fazit, die Weltwirtschaftskrise können wir auch, sie ist da und wir können sie mit einer gewissen Gelassenheit angehen. Und das lässt sie nicht verschwinden, aber es lässt sie leichter erträglich erscheinen. Das würde ich so sagen. Vorsicht muss man eigentlich hier sein. Vorsicht muss man sein, weil zum Teil meine ich auch, dass die Spanier die Gelassenheit jetzt vielleicht etwas zu sehr übertreiben und sich zu wenig mit den eigentlichen Ursachen dieser Krise, der spanischen Krise auch befassen. Und das müssen sie einfach mal tun, um da rauszukommen. Also das ist immer so eine Sache. Also irgendwo den goldenen Mittelweg sollte man finden. Okay, Philipp, vielen Dank für dieses Interview. War sehr interessant und ich hoffe, es werden sich einige der Zuseher dieses Interviews dafür entscheiden, nach Barcelona auszuwandern. Dankeschön. Dankeschön.